Herzlich willkommen bei Sportbüssli unterwegs. Wir fahren für ein paar Tage auf den Wohnmobilstellplatz Spitzenberg in Bernau im Schwarzwald. Schon die Anfahrt von Süden über Rheinfelden, Dossenbach, Wehr und Totmoos fasziniert uns. Durch eine schmale Schlucht entlang der Vera gelangen wir in das Bernauer Hochtal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Wohnmobilstellplatz liegt beim Wanderparkplatz und Sportplatz Spitzenberg und ist von Anfangs April bis ca. Ende Oktober geöffnet. Umgeben von einer wunderschönen Landschaft bietet der Stellplatz alles, was Wohnmobilisten benötigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Grau- und Schwarzwasser wird über den Bodeneinlass hinter dem Gebäude entsorgt. Zum Nachspülen steht ein Wassertrog mit Regenwasser bereit. Camper können ebenfalls den normalen Müll entsorgen. Die entsprechenden Container befinden sich an der Seite des Gebäudes. Der Wohnmobilstellplatz Spitzenberg ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Biketouren. Zwei Tafeln beim Parkplatz informieren über die Sehenswürdigkeiten und unterbreiten Wandervorschläge von 6 bis 10 Kilometern Länge. Unsere Wanderung führt uns hoch zum Panoramaweg. Wir starten beim Stellplatz, spazieren zum Ortsteil Dorf, erklimmen den Panoramaweg, verlassen den Panoramaweg in Rigenbach und kehren entlang der Bernauer Alb zurück zum Stellplatz. Musik 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 Nebst der Bauernhausromantik genießen wir die Flora, wie die Erika, des Hochtals. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Entlang unserer Wanderroute gibt es viele Sitzplätze, um die Seele baumeln zu lassen und das wundervolle Panorama zu genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Schluss der Wanderung genießen unsere Hunde noch ein Bad in der Bernauer Alb. Untertitelung des ZDF, 2020 Am nächsten Tag wanderten wir am Sportplatz vorbei, die Wiesen hoch zum naheliegenden Wald, wo wir den Waldwegen folgten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lasst es uns mit einem Like wissen. Herzlichst Sportbüßli Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020